Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep im Voucher mit unserem Alderle. Ein frischer Tag hier auf unserer Heimatinsel. Die Möwen steigen auf. Es wird ein wunderschöner Tag, so wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erreichen. Ein bisschen aufräumen konnte ich schon. Alles habe ich allerdings nicht geschafft. Heute wird weiter gegruschelt. Sunblocker haben wir noch ein bisschen drauf. Halten wir mal die Augen drauf, ob der ausläuft. Ansonsten Wasser, Essen, ganz klarer Fall. Jetzt pass auf, wir brauchen heute auf jeden Fall die letzten Bauteile von unserem Gyroskopter. Denn wir kommen demnächst an die zweite von Menschen handgestaltete Insel, die ich ins Spiel hier integrieren möchte, in die Staffel. Das habe ich mir vorgenommen, als ich sie geplant habe. Und da war mein Wunsch, dass ich mit dem kleinen Helikopter erstmal drüber fliege, bevor wir dann tatsächlich zum Plündern hinfahren. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, was hatten uns da gestern noch gefehlt. Vielleicht machen wir den einfach mal fertig oder kümmern wir uns als nächstes um Sprit. Sprit ist, glaube ich, eine coole Geschichte. Lass uns mal ganz kurz gucken. Irgendwo hier drin müsste normalerweise was sein, das uns Sprit fabriziert. Hier, die Fuels. Oh, die sieht aber teuer aus. Ich brauche da auf jeden Fall... Ist das der Steingreis? Oh, Leute. Da müssen wir jetzt gucken. Der ist, glaube ich, aus acht Steinen gebaut. Ob ich den überhaupt bauen kann in der Werkstatt. Oh, da fangen wir jetzt damit an. Da habe ich Bock drauf. Firepit. Den meinen sie hier. Das heißt, ich brauche als allererstes mal so ein Lagerfeuer mit vier Sticks. Und dann muss ich da drei Steine drum machen. Also gut. Steine habe ich, glaube ich, auch schon wegräumt. Da ist mittlerweile alles voll im Lager. Vier Sticks wird gleich das Problem werden. Da muss ich jetzt erstmal unseren letzten Palmstrunk hier anblützen. Da habe ich schon mal so die Dings parat gelegt. Die Blanken, die werden wir heute auch noch wahrscheinlich zum Einsatz bringen. Vier Sticks. Und jetzt kommt auch schon der große Moment. Können wir? Wir können. Ah, dann gucken wir jetzt gleich mal, wo wir unsere Spritmaschine aufbauen. So rein vom Dings her, vom Bock her, hätte ich ja gesagt, hier unten. Weil, Hauptsache gesetzt, hier oben hätte man sie auch hinbauen können. Aber ist jetzt egal. Jetzt bleibt sie unten. Ah ja, das passt doch. So, pass auf. Steine. Da gehen wir einfach ins Lager rüber. Jetzt tun wir mal so, als wäre das alles schon richtig. Ich nehme von oben raus. Ne, ist Leder. Steine sind hier drin. Eins, zwei, drei. Das läuft ja wunder, Bärchen. Freue ich mich jetzt drauf. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir genug Sprit haben für den ersten Überflug. Ne. Boah, ich dachte schon, das geht nicht, Leute. Ich dachte schon, das geht jetzt nicht. So, dann haben wir die Geschichte. Dann horzen wir hier nochmal runter. Und schauen nochmal ganz munter. Also, den haben wir jetzt. Nochmal vier Sticks, zwei Seile und zwei Blanken. Boah, Alter, alle. Vier Sticks, zwei Seile, zwei Blanken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch Seile hier drin haben. Wo waren denn die? Stein, Stein, Stein. Hier haben wir das Tape. Unten sind Seile. Die sind natürlich leer. Also, zwei Seile, zwei Clay und zwei Blanken. Das hole ich jetzt mal. Clay habe ich schon ein bisschen eingeräumt. Da werden wir natürlich weniger Bricks rauskriegen dann. Hier, eins, zwei. Zwei Blanken wären da oben. Zwei Seile und Sticks brauchen wir auch nochmal, gell? Äh, vier Sticks. Das heißt, ich muss noch eine Palme holen. Ist der Sandblocker noch drauf? Jo, der ist noch drauf. Okay, Leute, dann ist das nochmal. So was soll man dann machen. Da müssen wir einfach farmen gehen. Ich will auch nochmal eine Jucca-Palme setzen. Wir haben einfach viel zu wenig. Hier, da haben wir ein ganzes Köfferle schon voll Taschenlampen. Habe ich nämlich auch schon wegräumt. Da liegen noch drei Sticks. Vielleicht kann ich das abkürzen, indem ich keine Palme hole, sondern so eine kleine Mini-Stick-Schichte. Und ich brauche noch von den Dingern hier acht Stück. Das sammeln wir jetzt auf und dann haben wir alles. Eins. Die sind ja normalerweise nachgewachsen hier. Die habe ich ja nie bemüht. So. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Jucca aufsetzen. Gerade wenn wir jetzt Sprit herstellen wollen. Wenn wir die ganzen Pflanzen, das kostet ja einen Haufen Wasser. Dann müssen wir eigentlich jetzt richtig hier im Wasser versinken. Ich finde eine Insel cool mit einem Wasserfall, der Süßwasser produziert oder führt. Wie viele brauchen wir von denen noch, Alter? Willst du mal abzählen? Nicht, dass ich mich jetzt hier überfahre. Das müssen wir ja auch nicht unbedingt. Da war doch gerade noch eine hier. Lalalii. Acht Stück, glaube ich. Ey, dann haben wir doch schon. Ist doch gut. Kannst aufhören. Alles. Zwei. So. Und dann brauche ich noch einen Stick. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich noch was Kleines hier oben stehen habe. Immer nach dem Sunblocker schauen. Ey, wir haben keinen Kleinen mehr. Ich muss tatsächlich eine Palme opfern. Dann opfere ich eine. Bist du nachgewachsen? Ne. Gut. Also hopp. Dann hauen wir die Palme hier kurz weg. Nehme ich natürlich die Wedel gleich, um Wasser zu machen. Wir müssen halt jetzt gucken. Wenn wir das nächste Mal losziehen, sollte ich auf jeden Fall Juccas abfarmen. Auf jeder Insel, auf der wir jetzt zukünftig sind. Das war super. Das war super. Kriege ich das jetzt irgendwie anders noch rein hier? Ne. Ach, du hast schon vier Sticks. Hättest du gar nicht gebraucht, siehst du? Dann lassen wir die Sticks hier. Es geht jetzt hauptsächlich. Eins, zwei, drei, vier. Dann noch die Hand. Und den nimmst du mit vor. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Jetzt muss ich, nachher, wenn ich Sticks brauche, dahinter laufen. Jetzt darf ich nicht vergessen, dass wir da noch welche haben. Ey, wir haben so viel noch vor. Was kann ich denn kurz rausschmeißen, dass mich das jetzt hier nicht... Ah ja, guck mal, die Verbände zum Beispiel. Die Verbände und den Kompass. Ist noch so ein Schutz drauf. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt so lange hebt auf einmal. Bäm, ist er weg, ne? Eins, zwei, drei, vier. Den Kompass hier rein. Dann ist das schon mal erledigt. Die Hacke raus. Dann müssen wir erstmal den Strunk zerlegen. Also hier müssen auf jeden Fall zwei Foundations hin. Schöne Regale drauf, dass wir die Blumen reinkriegen und das Gartenwerkzeug. Und die Wasserfässer, beziehungsweise die ganzen Wasserspeichergeräte, die wir so haben. Jetzt pass auf, ich gucke nochmal kurz rein. Irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander gerade. Der Steinring steht. Ach so, die zwei Blanken und die Kanne. Wieso habe ich... Ich habe Sticks kohlen, obwohl ich keine gebraucht hätte, glaube ich. Das wird es gewesen sein. Oder hat eins gefehlt? Eins. Das geht jetzt auch nicht. Weil, das brauchen wir nicht. Seid ihr da? Da hat es schon wieder so gezuckt. Dann haben wir die Geschichte. Und dann brauchen wir wohl eine Kanne für die Maschine. Hier. Es war klar, dass es nicht geht, weil der Herr nämlich hier vollgeladen ist. Das kannst du rausschmeißen. Die Kanne dazu. Und dann haben wir noch eine zum Einfüllen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Kiste aussieht. Und vor allem, wie die funktioniert. Musst du ja das Feuer entzünden dann wahrscheinlich hier, oder? Ich bin gespannt. Wir gucken jetzt gleich. Fuel still. Ich dreh ab, Alter. Das geht hier nicht ran. Wieso geht das jetzt hier nicht ran? Wegen dem verschrubbelten Scheiß da oben drüber? Ah, Manno. Sie will hier nicht. Jetzt weiß ich aber halt auch nicht. Jetzt weiß ich leider nicht, ob die grundsätzlich nicht auf Foundations geht. Oder ob es daran liegt, dass hier oben drüber die Ding ist. Ich baue jetzt hier nochmal eins auf. Kostet es halt ein bisschen mehr, Matze. Dann reiße ich das andere unten ab. Oder ich setze einfach den Kocher hier rüber. Aber das wird jetzt halt auch nicht gehen, dass ich hier praktisch den Räucherofen drüber stelle jetzt noch. Gucken mal. Fehlt mir jetzt ein Stoff und Sticks. Schade. Eins, zwei, drei. Das können wir ja später probieren. Wenn nicht, habe ich halt hier eine offene Feuerstelle. Dann ist auch immer schön ausgeleuchtet. Was fehlt mir jetzt wieder? Jetzt muss ich gucken. Wir müssen erstmal oben den Feuerring aufbauen. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Aber es kann sein, weil das andere oben drüber sitzt. Dass es sich da ein bisschen schwer tut. Wieder was gelernt, falls es das ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn nicht, habe ich hier einen Haufen Feuerstellen. So. Und jetzt fehlt mir tatsächlich zum Glücklichsein. Was? Vier Sticks. Und da haben wir ja da hinten schon mal richtig Gas gegeben. Die kann ich ja da jetzt gleich einsammeln, oder? Ich hoffe, die reichen. Wenn nicht, müssen wir nochmal eine Palme. So. Sandblocker ist noch drauf. Sehr gut. La la li la la. Man darf sich da nicht auch zur Ruhe bringen lassen, wenn man sich mal verbaut hat. Ist zwar immer ein bisschen ärgerlich. Aber am meisten regt mich dann in dem Moment immer auf, weil ich halt noch nicht Bescheid weiß. Da denkst du, an was liegt das jetzt? An was liegt das jetzt? Wo habe ich mich die kleine Palme weggeschnalzt? Hier irgendwo, gell? Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich bin los wegen einem Stick. Jetzt habe ich es wieder. Ja, dann geht es jetzt hier weiter. Ha, die Insel ist halt geschröpft. Das heißt, ich muss demnächst mal Palmen fahren gehen irgendwo. Was weiß ich. Wir haben ja im Umland sehr, sehr viele. So, mein Lieber. Schlag da schön weiter drauf. Jetzt. 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 Kurzer Moment. Kurzer Moment. Jetzt haben wir es. Ah, ist klar, ne? Jetzt liegen die drei wieder. Die vier habe ich. Aber dann nehme ich den Brügel schon mal mit vor. Ach, den hast du ja extra abgesehbelt. Alterle, dann mach hier mal den Mufa. Nehme alles mit, wenn es geht. Die Sticks hole ich später. So, noch ein bisschen näher hin alles. Wenn es schon so geht. Mit dem Schmeißen. Bloß nicht ins Wasser halt mit dem Zeugnis. Sonst ist es vielleicht wegschwimmen. So, dann haben wir das hier schon mal parat. Soweit klar. Sunblocker ist drauf. Wasser geht uns langsam zur Neige. Muss ich aufpassen, dass ich nicht... Beim Aufräumen habe ich auch einen Schluck getrunken. Natürlich wieder aus dem Wasserspender direkt rausgetrunken. Dann haben wir ja momentan das Problem, dass es nicht geht, ne? Und wieder zwei Einheiten Wasser verschwendet gehabt. Ich lege jetzt aber auch gleich Dings nach. Ein paar Wedels. Jetzt will ich sehen, ob das geht hier oben. Oh, bitte, bitte. Ich hätte es halt gerne in meiner Werkstatt gehabt, ne? Mir ist egal, wenn ich sie nachher draußen setzen muss, dann setze ich sie halt draußen. Aber wäre schon eine coole Geschichte. Ne, geht nicht. Guck mal. Geht nicht, ne? Nebendran geht auch nicht. Also muss ich es wahrscheinlich draußen setzen. Jetzt brauche ich das ganze Spiel nochmal. Aber dann wissen wir Bescheid, ne? Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass es nicht geht. Machen wir erst mal Wasser. Okay, aber so findet man es raus. Zwei Feuerstellen. Auf eine kriege ich mit Sicherheit einen Smoker, hoffe ich doch. Dann kann ich den nämlich hier abbauen. Das wäre auch cool. Okay, hier müssen wir nachlegen. Und zwar vier Wedel. Hauen wir mal kurz rein. Ist das schon mal erledigt? Und wenn ich das richtig weiß, brauche ich jetzt wieder vier Sticks. Scheiß, Träger. Also das ärgert mich jetzt halt, weil das Arme, die lassen wir da liegen. Die hole ich später. Den batze ich oben rein. Wir bräuchten auch einen Schluck zum Trinken für der Herd. Das ist komplett leer alles. Ich dachte, ich habe das auffüllt. Wasser geht jetzt mal vorgeschwind. Ich kenne das. Wir können zwar noch aus Kokosnusen trinken. Eins, zwei. Aber die Blumen brauchen ja auch Wasser. Sonst hat es sich nämlich nicht gelohnt, ne? Dass ich da was gemacht habe. So, eins, zwei, drei. Dann ist das schon mal erledigt. Vier Sticks habe ich. Ich brauche jetzt was wieder genau. Wo setzt man die jetzt dann hin? Die Maschine. Ja, dann ist es. Aber dann finde ich es übrigens auch nicht gut, wenn wir, ähm, doch mit dem Hubschrauber auf dem Dach landen können, wa? Ich brauche allerdings hier irgendwo einen Platz, wo ich mein... Ich probiere es hier. Ich hätte es gerne hier halt irgendwie nahe am Gebäude gehabt. Also, noch einmal das ganze Spiel. Ein ganzes Spiel. Wir sollten allerdings gucken, denke ich, dass das so gerade wie möglich... Wir könnten es natürlich auch... Also, du kommst ja hier so an. Bei der blanken Maschine. Ich finde den Platz gut. Ich möchte es gerne hier hin haben. Von mir aus gerne hier. So, nächstes Spiel wäre dann der Steingreis. Und da fehlen mir was. Drei Steine. Jetzt habe ich so viele Steine eingekommen. Ich war so stolz, dass wir die drei Kisten voll haben. Und schon sind sie wieder leergeräumt. So. Nee. So musste. Eins, zwei und noch einen dritten dazu. Lala, haben wir noch Sandblocker? Jupp. Immerhin. Ich bin gespannt, ob das jetzt läuft. Ich könnte mir auch den Hubschrauberlandeplatz dann hier vorstellen, ne? So. Und was fehlt jetzt wieder? Normalerweise vier Sticks, richtig? Richtig oder falsch? Wir werden es gleich sehen. Jupp. Vier Sticks. Erneut. Erneut ist das Problem. Ein Stickproblem. Das will gleich beheben gehen. Irgendwo hier habe ich den Strunk nämlich gehabt. Ne, ich hole erst ja die hinten, sonst vergesse ich die wieder. Lupp du bi du ba. Schupp du bi dai. So, jetzt hast du drei von vier, richtig? Genau. So. Ist das ein Gerödel? Aber gut. Noch einen. Und das war's. Wenn es jetzt nicht geht, dann habe ich irgendwas total übersehen. Hier, die Pflanzenplotze. Wir haben so viel zu tun. Alleine hier in der Base jetzt, ne? Du da, du da, du da. So. Ja, ist ja irgendwie auch logisch, dass sie da drin. Aber weißt du, die Schmelze habe ich auch da drin gesetzt. Und die Feuerstelle geht auch. Also verstehe ich nicht, dass man die Maschine nicht... Ich setze es so hin, oder? Seht ihr, wie ich es gedreht habe? Danke, Hilfreichs an der Stelle für damals. Ich habe das komplett nicht im Auge gehabt. Ist aber eine hübsche, geile Maschine, oder? Fuel Still Boiler. Kollektor. Hier kann ich es dann abgreifen. Und da müssen dann die Kartoffels rein, schätze ich mal, ne? Alles klar. Jetzt pass mal auf. Können wir den auch mit rechts bewegen? Das wäre natürlich affengeil. Ne, geht nicht. Vielleicht aber auch noch, weil er noch nicht fertig ist, ne? Lass mich mal kurz reingucken. Dann gehen wir nämlich jetzt hier direkt durch. Vehikel. Kommt, dalle. Was hat denn uns noch gefehlt, glaube ich? Das Tableau, ne? Wir brauchen ein Vehikelpart. Vehikel Electrical Part. Zwei Stück und nicht den Right-Click. Vehikel Gyro und Vehicle Electric Part. A la hopp. Komm, ich habe das, glaube ich, schon wieder wegräumen. Vehikel Gyro. Fuel. Filter. Engine. Wir hatten es gestern noch, oder? Eins, zwei. Und zack. Jetzt bauen wir die Kiste mal fertig. Das gibt ja auch den Anreiz, dass man dann da dran bleibt. Ja, wie gut, oder? Wie gut. Ich finde das eine super tolle Idee. Mir gefällt das Teil. Vehikel Gyro Part. Ey, saumoi. Wir haben es doch gestern der Code. Vehikel Part. Engine. Electrical. Vehikel Filter. Also Filter Part. Oh, nee. Vehikel. Gyro. Vehikel Part. Filter. Engine. Electrical. Also entweder habe ich es irgendwo ganz spezielles hingeräumt. Oder ich habe mich gestern verlesen. Das kann natürlich auch sein. Oh, dann haben wir wahrscheinlich einen Teil noch nicht. Entschuldigung. Ey, momentan ist meine Stimme. Die geht momentan so. Ich muss auch nicht auf die Reisen. Ich komme halt manchmal vor, ey. Da rede ich und denke, wer bist denn du? Wer bist denn du, Alter? Ey, wir werden doch so einen Gyro Part irgendwo haben. Gyrocopter. Vehikel Part. Ist das das? Ist das? Ja, das ist er. Sehr schön, Alter. Gucken wir mal wieder, ob du noch Sunblocker hast. Sehr schön. Ja, jetzt wird es auch Nachmittag. Jetzt brauche ich mir nur was zum Trinken. Dann machen wir das als erstes. Und dann bauen wir das Ding fertig. Und dann kümmern wir uns um die Kartoffels. Okay, gib mir mal ein Fläschchen. Ich habe gerade gehört, das ist nämlich hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Lass es fallen. Schau deine Werte an. So können wir uns kurz speichern. Ist noch nicht ideal. Ich brauche auch noch einen dritten Wasseraufbereiter. Jetzt bauen wir mal die Kiste hier fertig. Der wartet ja nur drauf. Schade, dass er nicht die erste Tankfüllung schon automatisch hat. Das fände ich jetzt geil. Vehikel, Gyroscopter und... Ah, der muss hinten hin, ne? Ich hebe mal das vorne dran. Irgendwo hier muss der hin. Aber wo? Ach, oben drauf sogar. Noch geiler. Ich dachte, der hat hinten so einen Antrieb und dann so raketenmäßig. Haha, ist der gut. Hold E to start engine. Ach, wie geil. Er macht schon Geräusche. Wie gut. Es regnet. Gleich wird er nass. Jetzt können wir gucken, ob man den bewegen kann von Hand. Ja. Kann ich ihn noch aufs Dach hochbringen. Sehr, sehr gut. Guck mal her. Ich will dich näher an meiner Basis haben, Süßer. Sowas Cooles hast du ja schon lange nicht mehr gesehen. Stopp. Äh, ja. Da ist er. Der gute. Der gute alte Schlitten, der uns noch richtig schön weit bringen wird hier. So, Dille. Hahaha, sehr gut. Campfire. Tatsächlich muss das dann erleuchten. Also, das ist ja der Wahnsinn. Sehr detailliert, ne? Das räumen wir dann später weg. Soweit ist klar. Ähm, jetzt wäre es doch geil, wenn bei Regen meine Pflanzen gegossen würden, ne? Ich guck mal. Nicht, dass das so ist und ich blick's nur, ne? Oh, bitte. Das wäre super. Und vor allem auch logisch. Natürlich nicht, ne? Die Pflanzen wollen ein ganz eigenes Wasser. Hier ist auf jeden Fall genug drin. Potato. Potato. Jetzt pass mal auf. Wir haben hier zweimal Kartoffeln angepflanzt. Und haben hier Pipi-Blume. Hier haben wir zweimal noch eine Pipi rein. Da warte ich allerdings, bis der Wasserhaushalt stimmt. Und eine Potato. Und dann würde ich aber einen opfern. Dann würde ich einen opfern. Und ich habe mir das so überlegt, dass wir... Jetzt muss ich gerade mal selber was gucken. Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne das hier alles abbauen irgendwann. Lass mich mal ganz kurz was checken. Wir machen es uns jetzt schön und gemütlich hier. Der Smoker braucht einen Steindring. Den hätte ich oben sogar. Drei Sticks, ein Seil, ein Stoff. Drei Sticks, ein Seil, ein Stoff. Pass mal auf. Sticks kriege ich vielleicht noch einmal hin. Ich würde das da vorne gerne alles abbauen. So, einen Stoff müssten wir irgendwo hier haben. Ich nehme die mal alle mit. Stoff. Für ein Seil muss ich nochmal kurz farmen gehen. La, na, 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 na. Ey, schade, oder? Dass beim Regen das Zeug sich hier nicht füllt. Gut, aber wahrscheinlich ist es mit dem Wetter so, es wird halt die ganze Zeit die Töpfe voll machen. Du bräuchst sie gar nicht mehr gießen. Wahrscheinlich haben sie dann überlegt. Gut, in dem Fall. So, reichen mir drei Stück. Ich gucke nochmal ganz kurz rein. Schmogerle. Bräuchte jetzt nur noch ein Seil. Die kannst du auch mal mitnehmen. Die brauchst du vorne zum Wasser. Und die hier, die Kollegen, davon jetzt nochmal für ein Seil. Gott sei Dank sind die nachgewachsen. Da vergeht halt Zeit hier, aber wir kommen vorwärts, ne? Wir kommen vorwärts. Sobald die Maschine stattklar ist, hole ich die Insel ran und dann fliegen wir los. Oh, guck mal hier, mein Freund. Das Schlückle Wasser, wo... Das kannst du schon deinen Pflanzen mehr oder weniger übergeben. Und weißt du was? Die esse ich jetzt auch noch gleich. Weil ab und zu kann man ja mal eine, ne? Und dann speichern wir nochmal, weil dann sind die Werte bestimmt gut. Und? Lass mich sehen. Ja, das ist ein guter Wert. Nochmal Wasser auffüllen. Seil kann ich jetzt mittlerweile herstellen. Ein paar Rengar. Lala. Ich brauche auch noch eine Jucke. Wir haben zwar drei Stück hier, aber... Eine mehr schadet näher. So, pass auf. Machen wir das jetzt hier so. Hup, hup. Dann ist da schon wieder nachgefüllt. Sehr schön. Jetzt noch einmal, dass ich es auch wirklich jetzt verstehe. Ich drücke mich die ganze Zeit davor, weil ich mich nicht blamieren will. Dieses Ding hier kann ich nicht in den Wasserspender, ne? Dann waren es die Yucca-Setzlinge, ich hält. Ah jo, dann ist ja kein Problem. Ich habe die die ganze Zeit ausgespart, weil ich dachte, die gehen nicht. Die da waren es, die gehen nicht, ne? Okay, pass auf. Jetzt müsste es normalerweise für uns möglich sein, den Smokey-Pokey. Jetzt bin ich gespannt, wenn das geht. Wenn das geht, würde ich ihn oben... Also unten haben wir den Webrahmen, schalala, da würde ich das Wasser unten machen und würde den Smoker hier oben hinsetzen. Ich nehme aber an, das geht nicht. Ach, es geht. Es geht. So, meine Lieben. Bämsele. Dann haben wir unseren Fleischräucher hier oben, direkt neben der Bricks-Maschine. Finde ich gut. Dann kann der da vorne weg. Ich gucke mal, ob ich die Mats wieder bekomme. Ich schnappe mir mal eben eine Taschenlampe. Da war wieder der Klassiker. Da war wieder der Klassiker, wenn er einmal aufs Knöpfle kommt. So, pass auf, den wollte ich nämlich gleich wegräumen. Vehikel-Part müsste ich doch jetzt hier reinkriegen, oder? Ne, so nicht. Hand. Vehikel-Part. Warte, wir machen nochmal einen. Ne, Leute. Mau nicht's mal. Mau nicht's mal. So, jetzt ist er aufgeräumt. Also, dann hauen wir die Maschine weg. Dann speichere ich. Ist da noch ein Fleischleiterin oder irgendwas? Das musst du jetzt auch mitnehmen. Beziehungsweise, einer muss hierbleiben zum Starten. Und dann muss ich noch einen zweiten bauen. Oder gucken, wo ich die hingelegt habe. Du bleibst hier erstmal. Ich habe eh nichts zum Räuchern gerade. Und den kann ich jetzt wegbauen, ne? Den brauche ich ja hier nicht mehr. Oh, und da gibt's Mats zurück. Ne. Ein Stick. Ein Seil. Noch ein Stick. Da versinkt der Boden, der Sack. I can destroy this another crafting item. Depends on it. Erst den Steinring wahrscheinlich, oder? Ja. Wie viele Steine kriege ich zurück? Keinen. So, aber der Strand wird sauber. Der nächste Clou wäre natürlich jetzt... Der nächste Clou wäre natürlich jetzt... Wenn ich die zwei Sachen auch drin aufbauen könnte. Pass move. Weil dann hätte man den Strand zaubern. Dann wäre alles in der Hütte. Da bräuchte ich jetzt noch vier Palmwedel, um das zu probieren. Wobei, das stört mich jetzt nicht, dass ich hier draußen aufwache. Aber... Ich hätte gerne so eine Kiste hier nochmal. Brauche ich ein Seil. Drei Steine wären drin. Ein Seil brauche ich, meine Lieben. Eine Kokosnuss. Und ein Palmwedel. Also, dann pass eh mal auf. Nimm mal den mit. Ja, ja, ja. Den machst du weg. Aufsammeln und weitergucken. Wo ist denn noch einer? La, la, la. Okay, jetzt muss ich nochmal eine Palme fällen. Die letzte, glaube ich, die auf unserer Insel steht. Die letzte ihrer Art. Na gut. So ist es halt. Das heißt, ab jetzt muss ich für Sticks immer das Land verlassen. Stick me back. Stick me back. Das war's, meine Lieben. Wir haben kein Palm mehr auf der Insel, glaube ich. Ja, ist ja aber auch keine Rieseninsel. So, was mir jetzt noch fehlt, ist definitiv für ein Seil zwei Teile hier. Die habe ich jetzt im Leben noch nicht alle geerntet. Das Problem ist, ich habe keine Taschenlampe mit. Hier kommt schon. Da müssen noch genug rumstehen hier. Ich hole mir mal eine Lampe, geschwind. Wenn ich noch Platz habe. Ich könnte die Stoffe kurz rausschmeißen, aber dann werde ich sie wahrscheinlich gleich wieder einsammeln, so wie ich mich kenne. Ähm... Äh, da schon lang. Es geht um zwei Stück. Die... 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 Mittlerweile bin ich ganz gerne nachts unterwegs, weil du halt einfach dieses Sonnenproblem aus dem Kopf hast, ne? So, langsam, dass du nicht drüber laufst. Zwei Stück brauche ich noch. Da steht eins. Zwei findest du immer, oder? Zwei findet man immer. Geht jetzt auch nur noch drei Jahre, bis es nachgespottet ist. Hier ist es. So. Jetzt kann ich noch ein Seil machen. Scharwüppel und Katzüppel. Nochmal zurück zum Spot der Vergierde. Hä? Wir haben so richtige Locations auf der Insel. Ein Palmenblatt war es, glaube ich, ne? Das heißt, die restlichen... Ne, die opfer ich nicht. Die lasse ich jetzt mal zum Bauen hier liegen. Ich gucke nochmal kurz rein. Der Waterstill, der Waterstill. Da brauchen wir drei Steine und eine Kokosnuss. Die Kokosnuss hier oben. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen ihn schon wieder überladen. Und drei Steine müssen auch noch rein. Jo, so läuft's, oder? Speichern sollte ich mal kurz. Sollen wir schon eine Kartoffel opfern? Aber eigentlich würde ich sie erst lieber anpflanzen, glaube ich. So, mein Freund, jetzt speichern wir hier. Safe. Jetzt bin ich mal überlegen. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Die mache ich mal ganz kurz raus, damit ich Ihnchen hier machen kann. Da liegen übrigens auch noch welche. Sehr gut. So, und jetzt noch drei Steine und dann haben wir es doch schon, oder? Yes. Und da wünsche ich mir jetzt halt auch, dass ich es drin bauen kann. Dann würde ich es aber unten setzen, weil ich will hier auch noch einen Yucca-Topf hinsetzen. Und das Strand. Verstarsch. Ah, da ist das Problem, dass ich Ihnchen hier wieder wegmachen muss, ne? Oh, das ist ja kein Problem. Hau ich weg. Ich darf nur noch die Foundation erwischen. So, das Campfire noch weg. Das oben hat ja geklappt mit einem Räucherofen. Da freue ich mich sehr drüber. Ist das alles schön im Haus, ne? Okay, dann musst du die rüberziehen, weil sonst kannst du es da nicht reinbauen. Swap. Stopp. Und Swap. Und dann haut die anderen auch gleich mit dazu. Ne, das war ein Fehler. Du hättest die Höhe rausschmeißen müssen. Also ich muss noch drei Steine holen aus dem Lager. Aus dem Lager. Yes. Und jetzt müsste es hinhauen. Wir gehen in Crafting. Wir gehen in die kleinen Dinge des Lebens. Die Annehmlichkeit. Nein! Ja, der spinnt rum. Das kann ich hier nicht setzen. Das heißt, Wasserbehälter. Ja, der braucht wahrscheinlich aber auch das Klima hier draußen, ne? Damit der funktioniert. Hätte ja sein können bei der Spielemechanik. Weiß das nie. Man merkt es schon hier. Das geht nicht anders. Ich habe jetzt allerdings die Möglichkeit, den schon zu setzen. Jetzt pass mal auf. Dann lassen wir den da vorne. Für unsere Versorgung. Da baue ich dann die Yuka-Dings dazu. Und dann würde ich hier noch einen dazu setzen jetzt. Natürlich muss ich in die Befüllung kommen, eh man. Aber das komme ich. Das war mir klar, dass ich den noch brauche. Deswegen setze ich den jetzt hier dazu. Als Teil meiner Pflanzenfreude. So. Alles klar. Die Geschichte läuft. Dann haben wir einmal die Möglichkeit drin, auf jeden Fall zu räuchern. Das ist gut. Wasserversorgung für uns ist vorne beim Speicherpunkt. Und da hätte ich gerne noch einen Yuka-Setslings-Kasten mal probiert. Das lassen wir uns kurz mal jetzt. Ja, stopp. Du musst in Farming. Und zwar hätte ich da gerne. Oh, da können wir uns, glaube ich, zwei von den Corrugated-Typen holen. Das machen wir jetzt auch. Boah, wie die Zeit flitzt. Ich setze mir da vorne jetzt noch eine Yuka-Pflanze in. Da müssen wir halt morgen noch mal eine Runde machen. Was haben wir denn geschafft heute? Wir haben ein Tool eingeräumt. Hier. Nee, hier nicht. Hier oben. Wir haben ganz viel verbaut, auf jeden Fall. Also unseren Smoker haben wir oben gesetzt. Strand ein bisschen gecleared. Das ist gut. Dann haben wir erreicht, dass unser Gyroskopterle fertig ist. Unsere Spritmaschine. Ich würde natürlich trotzdem schon mal eine Kartoffel da durchjagen, wenn das irgendwie geht. Was ich allerdings auch noch möchte, ist... Die sind mittlerweile leer. Siehst du? Ein bisschen was habe ich gemacht, wie ich es gesagt habe. Hier sind auch noch mal zwei Kartoffeln. Die nehme ich jetzt mal mit. Oh, dann haben wir sehr viele mehr Kartoffeln. Morgen verbauen wir die Bricks. Die Steine könnte ich jetzt einräumen. Was wollte ich jetzt machen? Richtig. Ich wollte zwei Corrugated... Zwei Corrugated Maschinen hören hier. Dann kann ich nämlich jetzt... Die Höhe habe ich rausgeschmissen. Das heißt, die muss ich wieder reinnehmen. Die müsste hier irgendwo liegen. Äh, so. Und dann kommt hier vorne ein Plot hin. Schau. So schön als möglich, oder? Ah, jetzt gucken wir mal geschwind. Ähm, Vehikeln, Farben, Plotting. Ich könnte... Hier ist halt schon ein Modslappen. Ne, ich würde... Das muss ja... Ich muss kurz gucken, wo ich den haben will. An sich fände ich es geil, wenn er mietig wäre. Hier so. Kommen wir weiter rüber. Die noch kurz vor. Ja, das sieht doch schöner aus, wenn es gerade... Weißt du, wenn du heimkommst gerade und... Ey, die Fischchen hier, die hätte ich halt auch... Ich muss mal gucken, ob die noch gut sind. Flatschen die da rum? So, noch ein bisschen da rüber. So, hier hätte ich gedacht, dass ich ihn hinsetze. Hier ist es ungefähr gerade. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen schrägle. So, passt. Okay, jetzt probieren wir unser Glück mit dem Jutta-Setzling. Hätte ich jetzt fast gesagt, mit dem Jukka-Setzling. Die Jutta, da wissen wir schon, wie unser Setzling heißt. Ist die Jutta. Jutta bist du? Wie süß. Wie unsagbar süß. Gefällt mir. Weil dann kann ich nämlich da vorne die Jukka, die wir jetzt angepflanzt haben, einfach ernten. Ohne Probleme, ohne Nachdenken. Ist das der Dreier? Ne, ist der Vierer. Ja, dann kann ich mir nämlich da vorne das leisten, diese Pflanze nur zu benutzen für unseren Trinkbedarf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das hat sich gelohnt. Wenn hier noch was drin ist, dann nehme ich das jetzt auch noch raus. Dann ist die nämlich schon mal komplett versorgt. Und einen Schluck gönne ich mir hier noch. Und jetzt geht es also ums Auffüllen. Das heißt, alles, was hier nachspawn, müssen wir direkt ernten. Bam, bam und so weiter. Eine Einheit habe ich drin. Hier ist leer. Hier ist noch eine Einheit. Dann gucke ich jetzt ganz kurz, dass die Pflanzen voll sind, bevor wir die nächsten anpflanzen. Da bekommst du noch mal einen Schluck. Und du? Für dich habe ich leider nichts mehr, kleine Kartoffel. So, das machen wir jetzt morgen weiter. Hier zwei Foundations hingesetzt. Dann machen wir da Regale drauf. Das war, ja, ich würde sagen zwei Regale. Drei für Blumen, drei für Sonstiges und so weiter. Dann ist das auch aufgehoben. So weit bin ich zufrieden. Also, dann mache ich jetzt mit dem Alter noch ein bisschen Wasser. Weil der braucht nämlich auch was zum Trinken demnächst. Wenn es hier noch was gibt, was ich abernten kann. Und die Kartoffel muss ich wegräumen. Junge, Junge. Wo haben mich die Kartoffelkiste? Ach, hier habe ich schon die Pflanzenplotzeugsachen hin. Hier sind sie. Oh Leute, dann haben wir aber vier Stück. Ne, ich werde die zwei jetzt da unten rein bollern. Ich gucke mal, ob das geht. Das machen wir jetzt noch abschließen. Und dann gehen wir die nächste Runde rüber. So, was weiß ich, da schmeiße ich raus, ihn. Und den nehme ich in die Hand. So. Jetzt bin ich gespannt, weil das sieht ja aus, als wäre das schon einmal aufgefüllt. Ich hau mal zwei rein. Ich nehme an, dass das gehen wird. Ich muss es auch erst füllen. Das hat schon mal geklappt. Jetzt zwei Kartoffeln. Fuel, still, boiler, add mash. Tatsächlich. Also, die Spritmaschine läuft. Der Gyroskopter steht im Start. Die nächste Insel ist genauso schon im Start. Da werden wir dann zusammen einen Überflug machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, Leute. Jetzt sehen wir uns morgen hier wieder. Ich gucke mal ganz kurz aufs Öhle. Also, ich muss mich um Wasser kümmern. Haifischfleisch erst mal morgen früh. Oder wir nehmen eine Ration. Dann müsste das passen. Ja, die Skillpunkte gehen langsam vorwärts. Statuseffekte. Bedeutet, wir brauchen einen neuen Sonnenschutz. Die Yuka haben wir gesetzt. Die ist versorgt. Und dann geht es drüben weiter am Garten morgen. Richte mal alles schön her. Dann fahre mich hier wieder die Sachen ab, die nachspawnen. Und dann kommen wir so langsam in den Tritt. Sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Bis dann.